O Tonnenbaum, O Tonnenbaum, nicht O Tonnenbaum, O Tannenbaum. Ja, ich weiß, es gibt immer noch viel, was in alten Christbaum in dem Ist gebenhauen. Schau mich an, hörst du, wie ich beinahend bin, ne? O Tonnenbaum, Tannenbaum, geht dabei, gibt es so viel, Christbaum, Sammelschellen in Wien. Da kann man vom Ende Dezember bis Mitte Jänner die ausgedienten Christbäume abgeben und danach jederzeit am Mistplatz. Was wird eigentlich aus den Bäumen, Zahnstöcher, Krippenfiguren? Aus den Bäumen wird Strom und Fernwärme für tausende Haushalte erzeugt. Und einige werden an die Binsker erzielen auf der Deponie Rautenweg. Verfüttert, mal leer. Aber sag Peter, was ist denn hier bei dir unter dem Baumkling? Nadeln, deswegen bringe ich ihn ja zur Christbaum-Sammelstelle oder zum nächsten Mistplatz. Na bravo, eine Sammlung für den guten Zweck. Der ausgediente Christbaum gehört nicht in den Restmüll oder auf den Gehsteig, sondern zu einer der über 550 Christbaum-Sammelstellen. Gibt es den Schmuck für ihn und für Jänner, gell? Hehehehe. Gibt es den Schmuck für den Schmuck? Es ist die Schmuck für die Schmuck für den Schmuck für die Schmuck.